Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Allahumma salli ala O Gott segne Muhammad und seine reine Familie Bismillah arrahman arrahim Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alle Lobpreisungen gehören Allah, dem Herren der Welt Arrahman arrahim, dem Alabama, dem Barmherzigen Maliki Yawmeddin, dem Herren am Tage des Gerichtes Al-Tulhu'i al-Shamsi wa qabla al-Ghuruub Allah, Mashallah, Mashallah Salad, Salad Bismillah arrahman arrahim Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Heute werden wir insha'Allah nach Berlin mit den jugendlichen fahren und insha'Allah an einem FIFA-Turnier teilnehmen Bismillah arrahman arrahim Video zwischen der Handel Muhammad, Moshe sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Wir fahren heute nach Berlin an einem FIFA-Turnier Nehmen wir teil und insha'Allah werden wir auch gut abschneiden Davor gibt es auch noch ein deutschsprachiges Programm Und ja, das wird unsere, das wird eine sehr schöne Reise werden E goti called Nesr allahhi weil und redigere feier, und das wird die deutschen nosotros Allahumma sallallahuah ahstad Musik Das war's für heute. Ich komme von Ihnen nach Berlin. Ich werde mich da. Ich bin dort auf die Kirche. Es ist eine Einleitung. Die Kirche ist ein Kampfer. Wir machen uns dort einen Kampfer. Ich komme von Ihnen nach dem Kirche. Ich komme aus dem Weckern. Wir werden nach dem Kirche wieder zurückkommen. Ich komme da, bis zum Beispiel. Ich komme auf die Kirche. Ich komme auf die Kirche. Ich komme auf jeden Fall. Ich komme auf den Kirche. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh auf der Straße. Hierher wird ich nur froh. Herzlich Willkommen zum heutigen Programm. Wir beglückwünschen an erster Stelle unserem Imam der Zeit, Imam Madi Sahiba Al-Asri Wa Zaman, bezüglich der Geburt des 8. Imams, Imam Ali ibn Musa al-Rudah. Unsere Seelen seien ihm geopfert. Wir möchten heute mit dem Heiligen Koran beginnen. Im Anschluss gibt es natürlich noch den Vortrag. Nun bitte ich unseren geehrten Bruder Muhammad Fusayn Yusufi nach vorne auf deinem Salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Amen. Weiter heißt es im nächsten Vers, diejenigen, die Allah und seinen Gesandten Leid zufügen, verflucht Allah im Diesseits und Jenseits. Und für sie hat er schmachvolle Strafe bereitet. Weiter, und diejenigen, die den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen Leid zufügen für etwas, was sie nicht begangen haben, laden damit Verleugnung und offenkundige Sünde auf sich. Den ersten Vers haben wir jetzt festgestellt, kennen wir alle, obwohl im Deutschen kannte es keiner. Und wir lesen ihn eigentlich jeden Tag. Und Imam Rüdda a.s. sagt auch, wer nach dem Gebet diesen Vers rezitiert, dessen Wünsche gehen in Erfüllung. Weiter heißt es im nächsten Vers, diejenigen, die Allah und seinen Gesandten Leid zufügen, verflucht Allah im Diesseits und Jenseits. Und für sie hat er schmachvolle Strafe bereitet. Weiter, und diejenigen, die den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen Leid zufügen für etwas, was sie nicht begangen haben, laden damit Verleugnung und offenkundige Sünde auf sich. Den ersten Vers haben wir jetzt festgestellt, kennen wir alle, obwohl im Deutschen kannte es keiner. Und wir lesen ihn eigentlich jeden Tag. Und Imam Rüdda a.s. sagt auch, wer nach dem Gebet diesen Vers rezitiert, dessen Wünsche gehen in Erfüllung. Salaam alaikum. Wa alaikum salam. Wo sind Sie hier? In Berlin, der Moschee von allen Staaten. Und, was findet heute hier statt? Warum sind Sie aus Hannover alle gekommen? Also wir sind gekommen wegen einem guten FIFA-Turnier und ich möchte Koran lesen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Danke. Faram alaikum salam alaikum. Und wo seid ihr hier und was findet heute hier statt mit den Jungs hier? So viele Jugendliche. Ja, wir sind hier in Berlin angekommen. Ein Schattel, das war ein sehr schöner Vortrag. Und jetzt geht es an die PS4 und wir werden ein FIFA-Turnier nachsteigen. Inscha Allah holt ihr gute Position. Ich bin der Salwa ala Muhammad wa ala ala Muhammad Sopan, sag mal ein paar Worte, wo die Jungs hier sind Wir finden uns ja mal im libanesischen Palafinladen in Berlin Und die Jungs nehme ich jetzt mit keiner Auszeit und essen ein bisschen Okay, und wann findet das Turnierstart? In Shallah um 20 Uhr Das heißt, ihr habt doch ein paar Minuten Zeit, ja? Ja Das heißt, die Jungs stärken sich für das Fußballturnier Und dann schauen wir mal was ihr drauf habt, ja? Ja Okay Meishal amalekem, Deiner Team FIFA Abz.d.Moh.mah.m.d., Abz.d.Moh.md. Abz.d.Moh.md. aus Schola Aruat Schoche an, manen kürneton Die Bibel von der Königin Wir haben diese Bibel von der Königin. Alles die Königin, die sie lieber auf der Masjid sind. Die Königin der Königin werden. Sie sind hier 300 Kilometer. 300 Kilometer zu sehen. Und von diesem Wunsch, 600 Kilometer zusammen. Die Königin sind mit dem Königin. Der Königin hat uns gesagt, dass die Bibel, Koran und Widerfahrten im Königin Und die Menschen auch so machen. Das ist eine große Herausforderung. Aber wir sind froh, dass wir in der Ruhe und in der Ruhe gehen und in der Ruhe gehen und in der Ruhe gehen können. Wir wissen, dass Menschen nur etwas zu tun ist. Denn die Menschen sind alles zu tun. Herr, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ein Tag für ein Tag. Ich hoffe, dass wir ein paar Wochen späteren, Wir sind hier in Berlin. Vielleicht findet ein FIFA hier statt. Unsere Jungs, unsere Jugendlichen aus der Hasulat der Mohammed-Moschee sind dabei, Inshallah. Ja, sie sind gut vorbereitet. Hier ist einer, Amir Hussain. Du bist auch dabei. Hassan ist dabei. Hassan Guljani. Mohammed Hussain Yusufi ist dabei. Mostabah Sharifi ist dabei. Irfan Sharifi ist dabei. Ahmad Shah Hussaini ist dabei. Hier ist unser Idealspieler. Subhan Sharifi und Mohammed Reza Hussaini aus Hannover. Viel Erfolg euch. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Mohammed Hussain Yusufi und Subhan Sharifi. Sehr geehrte Damen und Herren, in Gruppe 1. Sehr geehrte Damen und Herren. Hey Shavib, trainiert mal noch ein bisschen mit denen. Okay. Okay. Geht ihr spät? Okay. 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 Schöne! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 liebe freunde wir sind hier auf einem rasthof es ist vier uhr morgens die jungs haben ihr morgengebet verrichtet ich sitze hier mit herrn und wir sind am frühstücken und die jungs kommen von hinten gerade und sie hatten einen schönen tag in berlin verbracht mit koranrezitation gebet und jetzt kommen sie hier einer nach dem anderen wir wollten eigentlich schon in hannover sein aber was ja 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 Salawat Alayh Wa ala Abahe Fi Adhi al-saah Wa fi kull al-saah Waliyan wa hafiza Wa qayidan wa nasira Wa dalilan wa ayna Hatta tuskinahu arduka Tau'a Wa taumatahu Fiha tawila Bi rahmatika Ya arhamar rahmeen